Schätzte Jury, ich freue mich riesig, dass ihr heute meine Gäste seid, wo wir uns allen mehr mit der Wirtschaft und Kaltes überteilen. Mein Name ist Markus Bühler und ich gebe Ihnen das Herz hier und Sie werden das Jahr zum dritten Mal von der Meisterschaft teil. Ich würde euch gerne zeigen, dass ein Kaffee nicht nur ein heisses Gedanke von Hass ist, sondern ein Kaffee etwas ist von Devolutionen, die eure Schmachzellen eröffnet und vielleicht für den einen oder anderen eine Überraschung erfordert. Ich spreche in einem Urbit an Italien mit einem Espresso an, ein Sassi, Körperli, eine Espresso-Mischung, die wir mit den Mänden haben, für Espresso, Taccino und Tringespring. Wenn wir mit dem Espresso anfangen, kommen wir gleich wieder zurück. Ich bin einfach ein Kaffee, aber ich suppe dir das, ich habe es seit 1929 Jahren in der Mitte Straße wenngt. Ich bin schon nur eins, aber ich habe hier mit den Päden verz �ten. Ich bin einfach zu einem Dringel-Dingel-Dingel-Dingel. Und das ist eigentlich noch einen Kaffee. Ich bin ein Kaffee, der Herkhalte zu mit einem Vorsitzenden, Und die Sahel zu erinnern ist, Vielen Dank. Vielen Dank. So ein Abinglass und ein Rossa. So ein Abinglass bereitet in Santos, Brasilien, Trauer und der Diopier-Sitamont von den kleinen Anteilen von Rossa und Vietnam. Es ist wie schon gesagt, in der ersten SESG, 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 in der ersten SESG! Die Karte weiter in der ganzen Scheibe! Ein Applaus für die Karte! Danke für die Karte! Für mich! Wenn du hier in der ersten SESG, dann kommst du mal, ich jetzt zum Beispiel, mit der ersten SESG, damit du auch nicht ständig hast? g WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Vielen Dank. 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 Vielen Dank.